Es ist Sonntagmittag, der 29.12.2019, als die 52 48 67 des Vereins Historische Eisenbahn Frankfurt durch den tiefgefrorenen Taunus nach Limburg zum Christkindlmarkt fährt. Dieser gehört zu den wenigen Weihnachtsmärkten, der erst am 29.12. schließt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zwischen Limburg und Eschhofen treffen wir die 52 auf ihrer direkten Anschlussfahrt nach Wallburg wieder. ZDF für funk, 2017, Auf dem Rückweg aus Wallburg können wir die 1943 in den Dienst gestellte Güterzug-Lok bei ihrer zweiten Einfahrt in den Limburger Bahnhof filmen. ZDF für funk, 2017. ZDF für funk, 2017. Auf dem Rückweg von Limburg nach Frankfurt begegnen wir der 52 für heute zum letzten Mal. Wir wünschen eine gute Heimfahrt und freuen uns auf das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.